Er ist so etwas wie der Gladiator Maximus unter den SUVs bei Audi. Groß, breit, mächtig ist er nach wie vor der neue Q7. Dabei ist er sogar etwas kleiner als sein Vorgänger. Exakt vier Zentimeter kürzer und anderthalb Zentimeter schmaler ist er geworden. Außerdem wiegt er je nach Modell und Motor bis zu 325 Kilo weniger als sein Vorgänger. Optisch ist der Unterschied kaum zu bemerken. Sein Auftritt ist noch immer Showtime in der Verkehrsarena. Trotzdem, dieser Koloss kann auch bescheiden sein. Audi nennt das Prinzip Ultra. Mehr Agilität beim Fahren und weniger Spritverbrauch. Immerhin, die Tankanzeige ist vielversprechend. Vollgetankt mit 75 Liter Diesel an Bord steht da eine Reichweite von 900 Kilometer. Das ergäbe einen Verbrauch von etwas mehr als 8 Liter Diesel auf 100 Kilometer und das bei über zwei Tonnen Kampfgewicht. Der Ultra hat im Vergleich zum normalen 3 Liter TDI allerdings 54 PS weniger an Bord. Dennoch liefert der Motor ein recht saftiges Drehmoment von 500 Newtonmeter vorzugsweise an alle vier Räder. Und das schon ab 1250 Umdrehungen. Viel Wumm bei wenig Drehzahl bringt Sparspaß beim Fahrspaß. Wenn man das Gaspedal jedoch gnadenlos durchdrückt, bringt man den 2 Tonner in 7,1 Sekunden auf 100 kmh. Wer auf dem Gas bleibt, kann 216 als Höchstgeschwindigkeit erreichen. Bei diesem Fahrstil ist man natürlich weit weg von der werkseitigen Verbrauchsangabe von 5,5 Liter Diesel auf 100 Kilometer. Dennoch blieb der Verbrauch selbst bei Forscher fahrweise immer unter der Peinlichkeitsgrenze von 10 Liter. Eines wird schnell klar. Wer das Gaspedal sanft bedient, verbraucht weniger Sprit, produziert weniger Abgase und der Q7 gleitet herrlich leise und ruhig vor sich hin. Einfach ein feines Fahrgefühl ist das. Vom Motor hört man im Innenraum fast nichts. Allenfalls ein tiefes Brummen signalisiert in die Kabine, dass der Diesel nun vom Fahrer mächtig gefordert wird. Fünf Fahrprogramme stehen serienmäßig zur Wahl. Im Offroad-Modus pumpt die Luftfederung das Auto über fünf Zentimeter höher und sorgt so für noch mehr Bodenfreiheit. Die liegt dann bei fast 25 Zentimeter. Im Zusammenspiel mit dem Allradsystem wird so jeder noch so schlechte oder rutschige Weg auch anfängerkompatibel. Innen geht es im Q7 edel und großzügig zu. Auf Wunsch und gegen Aufpreis gibt es 18-fach verstellbare Ledersessel. Als extra extra sogar mit Massagefunktion. Lange Fahrten mit mehr als zwei Personen sollten so kein Problem sein. Gepäckraum steht mit 890 Liter wohl genügend zur Verfügung. Mit den umgeklappten Lehnen der Rückbank werden daraus 2075 Liter. Alles in allem überzeugt uns der neue Q7 in den wichtigsten Disziplinen. Am meisten sind wir von dem Ultra-Motor überrascht, der seine Sache prima macht und trotz weniger PS ausreichend Kraft hat. Klar, mehr geht immer. Doch wer ein edeles, großes SUV sucht und dennoch halbwegs sparsam fahren will, der ist mit dem Ultra Q7 recht gut gerüstet.